Wir machen weiter mit dem nächsten Kampf. K1 Bulls in der Klasse Plus. 91 Kilogramm, da kommt es angesetzt auf drei Runden nach zwei Minuten. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Als Lommers-Präterin Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Ich fuhre als erstes in die Rotecke vom Putin-Gembalist-Lawes gegen Thomas Schwertes. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.